Hallo und herzlich Willkommen zu Minecraft Pocket Edition. Und es geht endlich weiter. So, und los geht's hier. Wir haben schonmal alles, schonmal was Fleisch. Das wisst ihr noch, was wir zum letzten Blatt. Und jetzt wollten wir eigentlich weiter zocken, aber... Na gut, ich muss rausstehen. Ist mir egal. Ist mir egal. Oh, das ist auf jeden Fall. Kann ich... Oh, Ei! Oh, Mann! So, ähm... Erstmal das Trinkhäuchchen aus dem Mund. So, ähm... Ja, wir bauen jetzt mal den Baum ab hier. Ähm, warum baue ich diesen Baum ab? Ach ja, stimmt. Und hier ist mal ein Holzspätzle drauf. Das ist so, dass ich gerade nicht so gut bin. Ich bin so sicher, ich kann doch noch nicht spüren. Und hier ist das so, dass ich mich auch nicht spüren habe. Warum tut ihr mir das an? Oh, Dicker. Okay, komm, das überleben wir vielleicht. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, wieso soll ich jetzt hier raufkommen? Ja. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Wenn ich da raus bin. Dafür haben wir unsere Dingsens. Benutzt du die Bombe jetzt wieder ab, natürlich. Ah, muss ich von hier abbauen. Okay, wir müssen uns die neu holen. Okay, den können wir noch abbauen. Aber sonst können wir gar nichts abbauen. So weit, Scheiße. Wir müssen noch mal unseren Kackbaum abbauen. Das ist der Höhepunkt dieses Let's Plays. So. 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 And we can jetzt sagen. Wo? Ähm, Sticks. Darf und was? Darf und was? Küste? Nein, leider brauche ich jetzt nicht. So, und jetzt suchen wir uns eine Mine. So, bis gleich. Ich verstehe nicht, warum keine Monster kommen wollen. Also, ich habe uns eigentlich angestellt. Naja, egal. Wartet mal ganz kurz. So, bin wieder da. Und... Suchen wir uns erst nur eine Mine. Ich kann gar nicht mehr machen. Ich kann gar nicht mehr machen. Ich kann gar nicht mehr machen. Äh. Jetzt tut's mir leid, aber jetzt haben wir eine gefunden. Aber ich kann den Weg nicht. Ne? Ja. Oh, das ist tout. Ne? Ah, das ist immer noch kohlen. Das können wir auch gleich holen. Ich muss mal kurz die Schwierigkeit... Oh! Wusste ich jetzt gar nicht. Ne, ich bin nicht auf Radkäufe in der kleinen Pussy. Na, da habe ich schon was gehört, oder? Na gut, ich gehe jetzt mal raus. Richtig langsam. Ja, ich trinke gerade was. Komm, go! Oh, es ist schon hell. Ja, da können wir nichts anhaben, dann sage ich nichts. Ja, jetzt kann ich... Ja! Ja! Oh nein! Nein, das ist schon keine... Oh nein! Ich will die weg. Ja! 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 Hey, hey, so leise auch. Oh, ich habe, wo, hä? Oh, ich habe keine Halle, ich glaube. So, Leute, ich glaube, ich habe mich verlaufen. Oder? Oder? Entschuldigung. Entschuldigung, wissen Sie, wo der Weg lang geht? Wissen Sie, wo der Weg lang geht? Ach, der nicht. Sie können nicht mal einem armen, verzweifelten Mann helfen. Das ist nicht gut. Ist nicht gut. Ist nicht gut. Oh, ja doch, ich habe ihn. Ich habe meine ganze Sache zu Hause. Wer holt mir diese Sache? So, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich zu Hause angekommen bin. Vielleicht gleich. So, wir sind zu Hause, Leute. Ein Wunder ist geschehen. Oh, das esse ich ja sowieso nicht zum Frisch. So. So, und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Haut rein! Bye. Vielen Dank.